Curry? Curry bist du da? Curry du bist ja da! Ich bin nicht mehr alleine! Hallo! Hallo! Der Curry hat ein echt total cooles Auto. Das habe ich geschenkt bekommen zu Weihnachten. Was? Echt jetzt? Von wem das denn? Von meinem Tannenbaum in meinem Apartment. Du hast doch einen netten Tannenbaum gehabt. Ja und jetzt ist er einfach weg. Hat er dich verlassen? Ja. Ich will einfach abgauen. Das ist ja ein arschiger Baum. Weißt du, das coole ist ja, eigentlich wollten wir mit den Alchemisten zusammen wieder aufnehmen, nur irgendwas stimmt mit der Playstation 4 nicht. Keine Ahnung. Deswegen nehmen jetzt Curry und ich nochmal auf und mit ganz viel Glück können wir dann morgen wieder zu dritt oder zu viert, weiß ich gar nicht, aufnehmen. Die Sachen, die ich mir aufgeschrieben habe, können wir jetzt nicht machen. Aber wir sind bestimmt... Ja, ich denke mir einfach, wir sind bestimmt spontan genug. Ja, das war geplant. Also das wollte ich... Jetzt machen wir mal so ein bisschen Brainstalling. Was können wir machen? Ich habe irgendwie... Ich möchte unbedingt mal wieder oben auf der Karte was machen. Oben auf der Karte? Ganz oben? Genau. Curry, da wo du mal gewohnt warst. Sag mal Curry, wohnst du da eigentlich noch? Nee, ich bin komischerweise umgezogen. Ja, aber warum denn das Curry? Das verstehe ich gar nicht. Eines Tages kam so eine komische Frau bei mir ins Haus und die hat gesagt, hier, deine Bruchbude, die sieht voll scheiße aus. Und die Wände sind... Das ist alles versifft und alles... Du musst mal unbedingt wegziehen da, das geht so nicht. Und ja, das hat mich sehr traurig gemacht. Entschuldigung. Vor allem denke ich mir so, der Curry geht so in sein Haus rein und denkt so, boah, vor das Nuxus-Apartment und sieht alles so mit Gold und Glamour und dann lasse ich einen blöden Spruch hier, macht die Augen auf, auf einmal überall einfach nur total ranzig. Schade, guck mal, was du davon denkst. Weil gerade hast du noch gesagt, das war gar nicht so gemeint. Jetzt sagst du noch schlimmere Dinge. Ja, nein, aber das war wirklich nicht so gemeint. Ich wollte hier so... Das war nur fürs Display, wollte ich jetzt so ein bisschen lustig sein. Okay, können wir zum Flughafen bitte fliegen? Ich möchte nicht noch mehr. Achso, wir fahren einfach zum Flughafen und dann fliegen wir, ja? Ja, genau, meine ich ja. Entschuldigung. Jetzt geht's los hier, jetzt schon. Okay, jetzt muss ich mal... Ich guck einmal auf die Karte, was wir denn überhaupt so machen könnten oben auf der Karte. Also wir halten uns ja wirklich immer nur unten auf. Sieht wirklich aus wie ein Hero Turtle hier. Also oben auf der Karte sind ja ganz viele Bär angelegt. Genau, genau. Da kann man drauf gehen, da kann man runterspringen, da kann man eigentlich ganz viel machen. Ja, und ich hab auch gedacht irgendwie, dass wir mit dem Gleitschirm halt runterspringen und da irgendwie was machen. So, von oben, von der Karte aus fliegen wir ganz runter in die Stadt mit dem Schirm. Meinst du das Schirm? Ja klar, bestimmt. Das müssen wir echt mal testen, bis am Ende der Karte fliegen, ganz hoch mit dem Flugzeug oder so. Ja, das wär schon interessant. Einfach direkt den Fallschirm öffnen. Ja. Okay, wir müssen umsteigen, weil wir haben die Polizisten, die wollen uns jetzt gerade daran hindern, dass wir abheben. Okay, ich bin heute übrigens im Bonbon-Look unterwegs und der Curry ist heute hier total serious business. Pandoria, du darfst einsteigen. Kannst du das noch? Wir sind schon mal in den Sonnenuntergang gefahren. Ja, mit der Alchemistenmusik. Aber weißt du, das Geile ist ja, dass wir jetzt bald die PC-Version spielen und dann haben wir auch wieder Reishi und du kannst auch wieder mit den anderen spielen und dann ist 616 wieder dabei und alle können mitspielen. Und die Alchemisten haben bestimmt jeder sogar noch einen eigenen Charakter. Keine Ahnung. Ja, da sind ganz viele Alchemisten bei uns. Ja. Sind sie nicht mehr nur ein Typ, sondern ganz, ganz viele, glaube ich. Wahrscheinlich. Doch, doch, das wird so sein. Ja, aber ich... Ich sag das jetzt einfach, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Aber es ist so. Ich würde sagen, in der... Schau, heute schaffen wir ja nur zwei Folgen. Ich würde sagen, in der ersten Folge machen wir jetzt das, was wir hier halt gerade machen. Ja. Und ähm... Ja. Eigentlich würde ich jetzt sagen, in der zweiten Folge können wir auf den offenen Server. Das würde ich mir eigentlich gerne, ähm, sparen für eventuell morgen dann. Ja. Ja. Wir gucken einfach mal, so wie ich... Ja. Ich bin einfach dran. Okay, okay. Aber wir fliegen ja jetzt erstmal oben zur Kase hin, oder? Ja, ja. Und du fliegst übrigens wunderbar. Ich bin fasziniert. Echt? Hui! Aber wir haben so viel Quatsch schon hier gemacht. Es wird nie langweilig. Das stimmt. Und ich finde ja auch echt, man kann aus dem Spiel so viel rausholen. Guck mal. Ah, diese wunderschöne Aussicht. Sieht's wunderschön. Wo denn? Wo guckst du hin? Nach unten haben wir jetzt gerade geguckt. Achso, nach unten. Ich dachte, du guckst jetzt so, dann legen sie in die Sonne, aber... Oh, ne, aber warte mal. Ich kann ja einmal anschauen. Guck mal. Ah. So, hier. Ah, guck mal, der Curry, wie schön er fliegen kann. Mit dem Knüppel da. Hier. Was? Sieht so komisch aus gerade. Und siehst du jung aus? Dein Charakter sieht total jung aus. Kann ich jetzt rüber gucken? Siehst du, wenn ich rüberkomme? Ja, ich seh das. Hallo. Hallo. Ich guck nach hinten. Ja. Ja. Kann ich auch nicken? Guck mal. Ja, es sieht aus, als hättest du irgendeine Behinderung, aber ja. Ja. Oh. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich musste gerade abdrehen, sonst hätten wir gleich Sterne bekommen. Jetzt kann man auch mal richtig hier reingucken. So, das war's. War nicht so spannend, aber ja. Jetzt kann man auch richtig hier reingucken. Ja, auf jeden Fall. Was wollte ich sagen? Eigentlich nicht bestimmt das gerade. Ich wollte die Aussicht nochmal. Boah, seit in der Playstation 4 Version musste ich das ja die ganze Zeit sagen. Jetzt überlege ich mir. Die PC Version, da hat ja schon der Typ, der den Eisner Hamster gemacht hat, hat den ja jetzt auch schon für die PC Version für GTA 5 angekündigt und das sieht so krass aussehen. Ja. Ah, geil. Wenn ich den dann installiere, explodiert einfach mein PC. Was? Oh, hast du da rausgefallen? Was? Wie? Wo? Ne, da ist gerade irgendwas aus. Ne, das ist deine Sorgen. Geht weiter. Okay. Wie geht's zu einem Meerschweinchen in Sukkari? Den geht's gut, die liegen gerade im Haus. Und wie geht's in Kaninchen? Den geht's auch gut, aber der knabbert immer sein Haus. Also der isst das auf. Ja. Jetzt ist das gar nicht mehr da. Oh, kriegt der nicht genug zu essen? Ja doch. Meine Meerschweinchen haben's auch immer gemacht. Das ist so eine Nagerkrankheit. Wirklich genug zu essen. Ganz viel zu essen. Was denn? Ne, ich dachte nur gerade für Stützen ab. Okay, möchtest du das jetzt machen mit dem Teilchen? Nein. Achso. Sind wir denn schon oben auf der Karte? Warte, ich guck mal. Ja. Echt? Boah, es ging aber schnell. Okay Curry. Kannst du aber vorher nochmal drehen? Ja, ich kann nochmal drehen. Hier, wir drehen. Das geht. Ja. So. Aber wir müssen noch höher steigen, sonst wird das nicht. Okay. Aber wir müssen den Fallschirm direkt öffnen, ne? Ja, wie... Oh, oh, oh. Warte mal, wie öffne ich den nochmal? Ich hab's verplant. Äh, 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 mit A glaube ich? War das mit A? Ich weiß es gar nicht. Wir spielen Playstation... Okay. Ach, ach ja. X- oder Viereck. Okay, ein Knopf ist es auf jeden Fall. Ich weiß, welcher Knopf aussteigen ist. Aber egal was es ist, drück nicht Y, wenn du den Fallschirm geöffnet hast. Weil das ist da nicht so gut. Sei denn, du hast einen zweiten... Boah, guck mal, wie hoch wir sind. Wiii! Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Wir sind fast ganz oben. Ja, das wird ja lustig. Wir haben das geschafft. Ja. Die Spontan-Dinger... Oh Gott, das ist wirklich sehr hoch. Die Spontan-Dinger sind echt immer noch besser. Aber bevor der jetzt gleich abstürzt, ne? Ich weiß nicht, wie hofe jetzt noch fliegen können. Ja, es wird... Warte, wir im Himmel! Wir sind noch nicht ganz oben. Wir sind schon im Himmel, aber im Himmel, Himmel. Okay. Wir sind im Himmel vom Himmel. Also du meinst, ich meine hier im Gotthimmel hier da Zeug. Ja, ich weiß, wie du meinst. Ja, ich weiß, wie du meinst. Dankeschön. Du verstehst mich. Warte. So ein paar Meter noch, dann haben wir es geschafft. Okay. Oh Gott. Warte. Aber du springst ja erst raus, ja. Ja. Machst du den Ecopest? Ich sehe die Stadt gar nicht mehr. Wohin? Ja, ja, okay. Sprich raus. Sprich raus. Ja. Tschüss. Ich komm mit. Mach den Schirm auf. Mach den Schirm auf. Okay. Ja, ja. Wo bist du? Da. Curry, wo bist du? Curry? Wo müssen wir denn hin? Wir müssen hier vorne hin fliegen. Du fliegst aber nach unten irgendwie. Oh warte, ich flieg gerade in die falsche Richtung. Nein, ich fliege richtig. Bei mir hast du den Fallschirm gar nicht aufgehabt. Doch. Wo bist du hin? Ich bin hier oben. Du bist irgendwo vor mir. Hä? Oh Gott, wie hoch das ist. Ich sehe dich nicht. Ich sehe dich auch nicht. Ich sehe dich auf der Karte. Warte mal. Guck mal, wir sind gleich über der Stadt schon. Ach krass. Okay, da unten ist die Stadt. Boah, da unten ist die Militärbasis. Ganz, ganz klein. Ich muss erst nur durch die Wolken. Oh Gott. Ich geh mal da unten jetzt schon. Wo bist du denn? Ja, ich senke mich gerade ab, dass ich die Stadt dann sehen kann, weil ich viel zu hoch bin hier. Aber ich sehe dich nicht. Ich sehe dich auch nicht. Ich sehe dich auch nicht. Was, das kann ich sein? Wie viel höher? Absolut nicht. No. Ich glaube, ich muss mich mal fallen lassen. Weil ich habe dich nämlich, das lustige ist, ich habe dich nämlich fallen gesehen, also so richtig tief runter. Vielleicht war es das Flugzeug, was du gesehen hast. Ne, 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 das konnte ich schon unterscheiden. Ah, hier ist die Stadt, schön. Also, ich, ich, ich versuche dich mal eins zu holen. Achtung, Ego-Perspektive, Moment. Oh, geil. Ey, warum bist du so schnell? Hä, ich weiß doch nicht. Ich bin, ich bin total langsam. Ja, aber du bist so weit weg. Ich weiß nicht warum, Curry. Warte, ich muss ein bisschen Gas geben jetzt. Ich hole dich ein. Leute, schaut euch das mal an. Oh, der ist gleich vom Curry. Kann mich ja mal rumdrehen. Ich bin ja so dran vorbeigeflogen. Warte. Warte. Ich weiß gar nicht. Ah, ich hole dich ein. Ich komme ran. Okay, okay. Ich weiß nur nicht, ob ich jetzt tiefer bin als du. Ich weiß gar nicht. Warte mal, ich gucke auf die Karte. Boah, du bist ja ganz oben noch, Curry. Bin ich höher als du? Warte mal, ich gucke mal. Ey, warte mal, das kann ich hier gar nicht sehen. Äh, also ich sehe dich auf die Karte, sehe ich dich ganz sicher nicht. Aber du hast keine Wolken mehr über der Stadt, oder? Doch. Doch. Okay, doch. Da bist du. Da bist du. Du bist ganz hoch. Ja. Du musst runterkommen. Achso, okay, warte. Moment. Huiiiii. Aus einem blauen Fallschirm. Ja, genau das bin ich. Du musst gleich mal eine Kurve machen, damit... Okay, stopp, 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 stopp. Okay, okay. Wupp. Jetzt mach eine Kurve. Wohin? Links zu rechts? Einmal nach links. Links einmal ganz drumherum. Also 360 Grad. Dann siehst du mich hier. Guck. Warte. Da, du kommst auf mich zugeflogen. Echt? Wo fliehst du hin? Hä? Hä? Man ist immer mich drüber geflogen. Ja, Curry, ich dreh hier durch. Bei mir bist du ganz vorne als auf der Karte. Ja, ich bin doch hier. Echt? Ich seh dich nicht. Komm mal ein bisschen runter. Genau. Stopp, 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 stopp. Jetzt links, nach links drehen. Genau. Ja, ich guck hier, aber ich seh dich nicht. Noch ein Stück, noch ein Stück. Leute, warum bin ich so blind? Wer sieht das hier gerade? Hier bin ich doch. Hier bin ich doch. Ich schweb doch direkt vor dir. Ach so, ja, bei mir bist du nicht. Also wirklich nicht. Ich seh dich nicht. Du siehst mich nicht. Boah. Nee. Ich bin grad in mich reingeflogen. Ja, es hat auch kurz, es hat auch kurz gezuckt. Also du bist anscheinend wirklich hier. Okay, bleib jetzt so, bleib jetzt so. Okay. Du bist jetzt genau vor mir. Boah, sieht das geil aus. Auf derselben Höhe. Super, also hier ist wohl gerade irgendwo der Curry. Nee, wir sehen ihn nur überhaupt gar nicht. Warte, ich komm langsam ran. Er kommt langsam ran? Boah, aber Curry sieht das nicht aus, sieht so geil aus. Ja, also ich glaub wir haben das Richtige getan. Jaaa. Boah, die ganzen... So, ich schweb jetzt fast neben dir. Boah, ich schweb jetzt fast neben dir. Hallo. Äh, ja, hallo. Wo bist du? Scheiße, dass man das nicht sieht. Aber man hat auch gesehen bei mir dann halt, dass du wirklich... So, ich müsste das bei dir auch nochmal angucken, auf jeden Fall. Du fliegst jetzt genau neben mir. Aber das ist schön. Hier ist gerade irgendwo der Curry und da oben ist der Mond. Ah, wir haben es aber geschafft. Wir haben es geschafft. Boah, jetzt hätten wir das jahrelang vorher geübt. Okay, Curry, Curry komm, auf welchem Haus sollen wir zusammen landen? Dann können wir uns da treffen. Ja, irgendwo da vorne. Sag mir welches. Da, kennst du dieses Haus, das so aussieht wie so ein... Äh... Ja? Ja? Da sind so zwei Säulen davor und da... Ja, ja, okay. Lange Säule. Okay, okay. Das Penishaus, warte. Ja, ja, ja. Ich wollte das jetzt nicht unterbrechen. Ja, ich auch nicht. Ich hab's trotzdem getan. Ich schäme mich sehr. Okay. Okay, okay, okay. Denk dran mit LB, also L1 und R1, gleichzeitig kannst du abbremsen, ne? Jo! Das geh ich gar nicht. Entschuldigung. Ich warte, dass du... Was? Hä? Habe ich ihn nicht hinein gebremst, oder was? Nein, nein, nein. Habe ich ne Bremsspur hinterlassen? Haha. Okay, auf dem Hubschrauberlandeplatz, ja? Oh Gott. Ach du Scheiße. Denk dran abbremsen. Pass auf. Da unten sehe ich den Curry. Hä? Höh? Neeein! Ich bin so weit. Au! Curry? Nein, ich schaff's nicht. Doch, ich schaff's. Aua. Hä? Wieso warst du denn schon da drauf bei mir? Was ist denn hier los? Siehst du mich jetzt? Ich hab dich gerade von weitem nach oben gesehen. Was so ne schräge Scheiße ist das bitte hier? Ich bin hinter dir. Was hast du denn vorher getrunken, dass ich hier... Hier, ich steh doch hier. Ich steh doch direkt hinter dir. Ach, da bist du jetzt, Curry. Ja. Hallo. Hä? Aber wieso hab ich dich jetzt grad da oben drauf gesehen? Ich war da oben nicht drauf. Ich muss mir meine Aufnahmen nochmal angucken. Ich werd hier... Ich... Ich krieg hier Paras gerade. Echt? Ist der Olli wieder unterwegs? Oder was? Oh, schön. Ja, Curry. Haben wir geschafft. Boah. Das ist doch schön. Was ist denn das da vorne? Schlongbergsachs. 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 Boah, da vorne ist da... Schlongbergsachs. Siehst du das Gebäude da vorne? Das hier mit dem Kran? Kann man da rein? Ja, klar. Ach, das ist das. Da haben wir irgendwann mal ein Verstecken gespielt. Genau. Da hattet ihr alle euer Radar aus, aber ich nicht. Haha. Du schummelt. Ja, ne, nicht extra. Ja, ja. Ja, echt jetzt hier. Oh nein, sorry, sorry. Das wollte ich nicht. Sorry, das tut mir leid. Guck mal, wie der Charakter von mir macht so... Ah, macht den Mund so... Ah. So die Scheiße. Hast du dein Headset angeschlossen? Oh ne, warte mal. Ich kann das mal machen. Kannst du mal was sagen? Warte... Moment. Ey, da machen wir so ein Intro. Haha. Warte. Hallo, ich bin die Pandoria. So, hier stecken wir das mal rein. Warte mal. So. Curry. Jetzt... Oh, guck mal. Das geht sogar. Ich glaube, ich muss erst anstellen noch, dass ich dich höre. Ja, alles klar. Wo kann ich das denn einstellen? Warte, wo kann ich das denn einstellen? Warte, wo kann ich das denn einstellen? Warte, wo kann ich das denn einstellen, dass ich die Leute höre? Ach ja, stimmt. Stimmt. Den Online-Chat. Okay, warte. Ähm... Zuschauer, bla bla bla, geht ja Online-Version. Ne. Aber Online... Ich hoffe nur, dass... Warte mal. War das im... Es war unter den Einstellungen, war das? War das nicht im Playstation-Menü? Hier seht ihr mein Playstation-Menü. Audio... Ausgabe, Radiosender, Sprach-Chat. Ne. Oh. Da steht nur Radio-Lautstärke beibehalten. Wo kann man das denn nochmal machen? Was ist denn mit der Polizei ja schon wieder los? Ich... Äh... Hast du Sterne? Ne. 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 Ist das denn jetzt angeschlossen? Äh... Ja, das ist bei mir angeschlossen. Aber man... Man hört... Du... Du bewegst deine Lippen nicht. Nein, bei mir bewege ich aber die Lippen. Das ist ja komisch. Echt? Ja. Ja, wahrscheinlich weil ich die nicht höre. Okay, warte, warte, warte. Also, ich... Ich lese mal vor. Steuerung. So. Ja, Steuerung. Ego-Perspektiven, Kopfbewegung, Drive-in, bla, hier Zeug. Audio. Da gibt's keine... Geräusch, Lautstärke, Musik, Lautstärke, Dialog, Verstärkung, Radiosender, Sprach-Chat, Ausgabe, Fernseher, Controller, Lautsprecher. Ne, hab ich ausgemacht. Ne, hab ich ausgemacht. Warte, wir werden es schaffen. Wir werden es schaffen. Äh, unter Anzeige kann es auch nicht sein, denn man konnte das wirklich irgendwo ausstellen. Telefonbenachrichtigung. Warte mal, ich guck mal nochmal im Playstation-Menü. Ja. Einstellungen. Mitteilungen. Facebook, aha. Ne, das ist auch alles aus. Keine Sorge, Leute, wir haben es gleich auch in... Taubenpilzschirn. Audioausgabe einstellen. In der Zwischenzeit kann ich mal hier. Ne. Ne. Wie kann ich nochmal ein Foto hochladen aus der Galerie? Äh, du musst auf Galerie gehen. Ja. Okay, jetzt bin ich hier auf ein Foto. Warte mal, löschen. Ah, zum Social Club. Ja, ich möchte das bitte hochladen. Und dann bitte noch einmal das Busenfoto und dann habe ich es sofort. Das ist, ich habe ein super Foto gemacht. Echt ein super, die haben jetzt so... Die sind nicht mehr nackig in der Playboy-Villa, sondern haben so Atombusen. Und dann habe ich ein Foto gemacht. Was ist das denn? Mhm. Oh, ich habe Feuerwerk. Soll ich mal Feuerwerk machen? Ja, Curry. Guck in den Himmel. Ich gucke in den Himmel. Warte, warte. Guckst du auch gerade aus? Also in Richtung Weinboot-Logo. Okay. Okay, warte. Ich probiere mal. Oh. 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 Frohes neues Jahr. Frohes neues. Oh, Curry, das ist doch schön. Oh. Oh, das sieht ja wirklich aus wie Feuerwerk früher. Sonst habe ich das immer auf die Leute geschossen. Das war mein Feuerwerk. Ja. Oh, das ist immer schön, Curry. Ich habe so eine Ego-Perspektive. Toll, ne? Ja. Da kam das Feuerwerk raus. Wow, wow. Ja, das ist jetzt leer. Da ist nichts mehr drin. Oh nein, es tut mir leid. Es tut mir leid. Ja. Weiß nicht, ich mache das mit dem Headset mal wieder weg. Das war jetzt der Testlauf, ob es denn klappen würde, weil wir wollten ja eigentlich was mit der Community machen. Community. Es hat noch nicht geklappt. Es hat nicht geklappt. Okay. Okay Curry, sollen wir mal weiterfliegen? Weiterfliegen. Wir setzen uns ein Ziel und fliegen dann einfach mal wieder hier runter. Wo fliegen wir denn hin? Warte, ich gucke mal. Wir fliegen auf ein Gebäude mit einem Pool. Ich weiß das gerade nicht, wo es ist, verdammt. Ja, hier ist irgendwo so ein Gebäude und da ist ein Pooldorf. Ich weiß eigentlich nicht, wie hoch... Oder sollen wir zum Riesenrad und so vielleicht? Sollen wir mal da hin? Riesenrad, okay. Dann können wir da... Okay, meinst du, wir schaffen das von hier aus? Ich schaffe das. Ne, schaffe ich nicht. Ich... Ja Curry, schau dir schon hier ran. Okay. Willst du von hier oben springen oder von unten? Das schafft man nicht. Oder spring du erstmal. Das schafft man, glaube ich, wirklich. Ja doch, bis dahin kommen wir schon. Okay, ich springe. Bist du dir sicher, ja? Oh. Ah! 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 Pandora! Oh! Ah! Ah! Aber hey! Ich habe es fast geschafft. Fast. Warte mal, ich gucke mal. Habe ich noch einen Fallschirm dabei? Ja, ich habe einen Fallschirm. Ja oben! Ich muss den nämlich erst vorher anziehen. So ist das. Boah ey, du Cheater. So, ich flieg dann mal. So, ich warte, ich sehe. Da oben ist der Curry. Hallo. Curry, du schaffst es. Ich komme mit dem Auto nach. Guck mal, ich kann sogar einen Tricksprung machen. Willst du mal sehen? Warte, wo bist du denn? Da. Hier. Guck mal jetzt. Oh mein Gott, er fährt rund. Oh. Curry! Äh. Oh oh. Curry, Curry. Wie das aussah jetzt. Das war ja geil. Ich dachte, ich habe mir doch damals diesen zweiten Fallschirm gekauft. Oh, schön. Ich wollte jetzt so den Stunt machen, aber da ist gar nichts passiert. Es hat keiner gesehen, Curry. Es muss dir nicht peinlich sein. Ich hoffe doch. So. Das haben wir hier. Fahren wir einfach mit dem Auto, oder? Okay. Darf ich bei dir mitfahren? Ja, klar. Ich habe hier meinen... Ist das denn dein Auto? Ja. Ja. Das ist mein... Mein Dundreari. Scheiße, ich weiß nicht, wer es ausgesprochen wird. Was ist das denn? Was ist das denn? Ja. Die Musik ist auch super. Das ist ja übelst... Boah. Hammer. Das steht sogar hinten drauf. Dundreari. Ja. Ja. Das ist das. Wo ist die Mobil? In grün. In grün. In kotzgrün. So. Ach ja. Aber fahr vorsichtig. Ich fahr vorsichtig. Ich fahr total vorsichtig. Wir haben zwar rot, aber... Ja, das... Die wissen ja, dass wir... Wir sind so selten hier. Also zusammen. Ja, wir dürfen auch... Dass die uns einfach durchlassen. Genau. Genau. Und sonst so, Curry? Sonst ist alles schön. Alles voll. Heute hast du schon... Heute hast du schon GTA gespielt, ne? Im Livestream. Heute habe ich schon GTA gespielt. Das war ja jetzt ein bisschen chaotischer, aber... So eine ruhige Runde kann man ja auch machen. Ja. Du musst ja nicht immer nur Leute abschießen und alles. Ich meine... Ich hoffe, meine GTA ist... Das sage ich aber immer zu oft, dass die Leute schon denken, ich will das Gegenteil hören. Wenn ich immer sage, ich hoffe immer, die sind nicht zu langweilig. Weil als ich alleine aufgenommen habe, dachte ich mir am Ende, das kannst du nicht hochladen. Du hast ja eigentlich nichts gemacht. Ja, das denke ich aber auch immer, wenn ich alleine aufnehme. Ja, das... Das ist so... Man... 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 Ich weiß ja... Doch, bei dir ist es bestimmt auch so. Ich spiele halt einfach so... Als würde ich jetzt so alleine spielen. Und wenn ich alleine spiele, dann... Ja. Rede ich zwar nicht, aber ich fahr dann hier einfach so rum und mach irgendeinen Fatsch halt. Oder probiere Sachen aus. So. Ja, aber wenn es krankweilig wäre, dann hätten es dir die Leute ja schon mitgeteilt, denke ich. Boah, Kari, ich muss einmal kurz... Das war jetzt Premiere. Was denn? Ich habe nicht einmal auf die Map geguckt, nicht einmal auf die Große, nicht einmal auf die Große, nicht einmal auf die Kleine und bin trotzdem angekommen. Wuhuuu. Alter, sieh mal. Schafft es nicht über Level 30 zu kommen, aber kann so langsam die Karte auswenden, weißt du? Sie liegt so nebenbei auf deinem Tisch. Angestanden. Nee, das ist bei dir sie aber in etwas so. Da habe ich mal einen anderen Tab offen. Das habe ich aber auch. Ui! Was machst du denn jetzt hier? So, jetzt müssen wir natürlich gucken, was wir machen. Ich würde natürlich auch gerne mal wieder so ein Wasser irgendwie da was machen. Spaß, ja. Ich würde sagen, wir machen keine Folgen, wir spielen jetzt einfach, bis du los musst. Da hätten wir jetzt noch etwas weniger als eine halbe Stunde und schneiden die dann einfach, ne? Ausnahmsweise mal. Ja. Das ist ja beim nächsten Mal wieder etwas geordneter. Das ist, wie gesagt, nur jetzt ein bisschen Improvisation. Ja. Aber weißt du was? Ja. Abkühlung. Ui. Boah, ich komme sofort nach. Warte, 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 warte. Boah, Alter. Genau. Du bist hier. Scheiße, ich darf.